Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge, äh, ja, Starbound. Äh, ich bin hier unten immer noch in dieser komischen Höhle und grab mich, äh, verzweifelt runter in der Hoffnung, ganz viel Eisenerz und, äh, sonst noch Zeugs zu finden und der Taros... Niemals, 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 immer, immer, ich bin reich, ich hab schon 2000 Diamanten gefunden. Oh, die sind doch... Ich hab, ich hab immer einmal mehr als du. Ja, okay, das, jetzt hast du, jetzt hast du mir gegeben, jetzt hast du... Boah, ich find ich hab echt nur Dreck, ne? Wie sie... bist du eigentlich schon oben? Ne, ich bin... Ach, du warst ja grad schon oben, stimmt. Ich, ich, ich... Mal noch grad. Ach, Mensch. Die Ernte ist fast reif. Fast reif, okay, super. Die ist fast muscle-reif. Fast... Okay, ne, auf das Niveau bei uns mal nicht herablassen. Was mach ich denn hier grad? Ich bin grad voll fail. Oh, ich hab Kohle gefunden. Echt? Ja. Geil. Oh. Das ist wenig. So, dann machen wir hier mal, äh, ne, noch keine Fackel. Du musst übrigens auch auf den roten Balken achten, ne? Bei deiner Fac... äh, bei deiner Spitzhacke. Ja, ich weiß. Und ich brauch gleich was zu essen. Wenn die auf... Wenn die auf Null ist, dann baut das irgendwie nur dreimal so lang. Boah, ja, dann brauchst du richtig lang. Mhm. Das ist richtig schlimm. Wo komm ich denn hier hin, bitte? Hier ist ja nix. Ich grabe mich auch nur durch diesen roten Dreck. Ich bin schon im... Obwohl... Ich muss eben husten. Ich glaub, da kommt was. Entschuldigung. Du Ferg. Es tut mir leid. Ja, komm, ey, komm. Ich guck mal, ob ich, wenn ich den Hintergrund wegbaue, ob ich dann was sehe. Ja. Nee. Es kann auch sein, dass draußen Nacht ist. Es ist... Es kann natürlich jetzt auch wieder sein. Vielleicht eine Möglichkeit. Aber bei der Gelegenheit geh ich mal hoch und hol die Ernte ab, weil die müsste jetzt eigentlich reif sein. Eigentlich schon, ja. Ernte. Weil ich hab echt Hunger. Wird die auch reif, wenn es nicht regnet? Ähm, glaub schon, ja. Aber ich hab echt Hunger. Ich hab Angst, dass ich gleich sterbe. Bei mir steht, I can take it much longer. Okay, das ist natürlich... Ich hab noch Zeit. Bei mir steht, I can barely stand. Also, kurz vor knapp. Ja, vielleicht kannst du Christian mal zusammen, dann bringst du es einfach mit runter. Fertig. Dann komm ich eben mit hoch. Und wenn ich... Ich bring einfach alles runter. Ja, okay. Ich brauch keine Hilfe. Ich brauch dich nicht. Sehr gut, ist okay, ist okay. Ui, das sieht aber ganz gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Oh, ich hör was von rechts. Ich will gucken. Taschenlampe. Ähm. Die kommt nicht so weit. Wie sieht's denn aus? Okay, der Weed war noch nicht ganz fertig. Und... Ey, der Weed, ey. Und das andere ist auch noch nicht ganz fertig. Verdammt, das hab ich schon abgebaut. Also teilweise. Was denn hier? Da ist Licht. Ich glaub, ich glaub, ich hab was gefunden. Was denn? Ich seh bis jetzt nur einen leichten Lichtkegel. Da grabe ich mich jetzt hin. Ich bin dann mal so dreist und lauf dir einfach hinterher. Nein. Aber, ähm, bis jetzt hab ich noch nicht so richtig den... Sag mir nicht, dass das Gang von dir ist. Wie weit hast du dich denn runtergegraben? Schon da hängt auf jeden Fall ne Fackel. Okay, okay. Oh Gott. Oh Gott. Das ist der Gang, wo du grad hinten die Erde rausgebaut hast. Ah, hi. Warte, stehst du da jetzt wieder? Ja, ich seh dein Gang. Hallo. Na komm, wir treffen uns in der Mitte. Ja, komm. Na, weil ich grad... Oh. Und natürlich... Ich wusste noch, dass ich was höre. Ähm, genau. Was ich grad sagen wollte, ist, ich hab noch nicht so richtig den Nachteil vom Sterben miterlebt. Klar, du verlierst ein paar Pixel. Äh, ich sag mal, war schön mit dir, ne? Äh, ja, bei mir ist auch. Ne, ne, das ist ja bei dir, bei mir noch nicht. So. Mir geht's gut. So geht das also. Ja, natürlich. Aber ich bin gleich auch dran. Na komm her. Opfere dich nicht, nein. Oh Gott. Was da, was da, was da, was da, warte, warte. Oh jei, oh. Na weißt du, was jetzt cool wär? Ja, nein, das wär gar nicht cool. Das wär gar nicht cool. Ey, jetzt fangen wir auch schon so an, ey. Wir sollten uns was schämen. Wir haben gesagt, wir begeben uns nicht auf dieses Niveau herunter. Zu spät. Hab ich nichts zu essen? Verdammt. Ähm, ja. Dann mach's gut. Ähm, ich geh trotzdem auch in der Hoffnung, dass es jetzt irgendwie funktioniert hat. Oh. Dass die Hand jetzt reif ist. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, was hier unten ist. Boah, Alter, was ist denn hier? Hör auf. Ah, nee, nicht, nicht. Ähm. Ach so. Ist das. Ähm, ich hab keine Fac... Nein, ich hab keine Fackeln mehr. Tja, ich hab Fackeln, du musst schon zu mir hochkommen. Nee, warte mal, ich glaub, ich kann mir noch Fackeln machen. Ich kann mir keine Fackeln mehr machen. Nein, ich hab kein Essen. Ich hab kein Essen. Hast du vielleicht so Fleisch oder sowas? Jetzt, jetzt fang ich an zu sterben. Ja. Oh, oh nein. Monster. Aber vielleicht... Ich habe Kies und Sand gefunden. Alter, wie stark sind die denn? Vielleicht geben die ja Fleisch ab hier. Okay, ich warte auf jeden Fall. Ich glaub, ich lass mich jetzt sterben und warte dann auf dich und dann gehen wir zusammen runter hier. Weil das wird ein Spaß. Ja, ich hab noch kein Fleisch gefunden, verdammt. Ich glaub, das hat keinen Sinn. Ich komm auch langsam runter. Okay, mein Hungerstatus ist gerade Goodbye, Cruel World. Also, ich glaube, mach nicht mehr lange. Okay, okay, ich komm hoch. No. Upsala, upsala, upsala. Das ist echt ein bisschen doof. Ich such grad mal nach einem Monster. Nach einem Monster? Okay, das war's. Ich sterbe gerade. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ach, ich sehe ja da links deine Lebensanzeige runtergehen. Ja, die ist jetzt dauernd. Henry, are you down, 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 down? Was ist das denn hier? Was ist denn hier passiert? Okay. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Hier hat einer irgendwelche Platten hinplottiert, Mensch. So, ich bin oben. Das bringt mir aber nichts, weil ich gleich tot bin. Ich komm wieder runter. Ach, guck mal, der Mais ist fertig. Glaube ich. Ähm, wir sind nach rechts, glaube ich. Genau, ich sehe dich auf dem Kompass. Wie kann ich sehen, dass der Mais fertig ist? Äh, der Mais ist noch nicht fertig. Das dachte ich am Anfang auch, aber der ist nicht fertig. Bist du dir sicher? Mhm. Und ich bring vielleicht ein paar Freunde mit. Ach, das ist super. Also, warte dich schon mal. Ich komm dir einfach mal entgegen. Keine, nee, 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 ich sterbe jetzt. Keine gute Idee. Ich sterbe jetzt. Was? Oh, oh. Ich schaff's, ich schaff's. Du hast noch gar nichts abgezogen gekriegt. Okay. Ja, aber, ich wurde grad von sechs Monstern verfolgt. Also, ich bring einen Besuch mit, okay? Ich komm, ich komm dir entgegen. Ähm, bist du ganz... Ich bring fliegenden Besuch mit. Äh, ich, ich bring auch Besuch mit. Ach, da kommt noch... Nee, die beiden hier sind lieb. Die machen jetzt. Okay, okay. Boah. Jetzt wird gefeitet. Alter, alter. Was geht mit denen? Warte, ich bin tot. Was? Aua. Was ist das für Killer-Killer-Vögel, Alter? Aua. Boah, aber richtig krasse Vögel. Was, mit was haben die denn da geschossen? Bitte. Der hat irgendwelche Stahlpfeile geschossen. Das sah aus wie Dartpfeile. Alter, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich komme. Boah, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier erfriere, hier. Ah, ich bin tot, verdammt. Ich setze mal ein paar Campfire auf den Weg. Alter, Alter, Finne. Was für Vögel, ne? Richtige Vögel, ey. Vögel, die einfach da rum. Ja. Ja. Was, was ist das denn? Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, geh weg. Ich komme runter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich rette dich. Okay, den einen habe ich gekillt. Easy. Natürlich. So, den holen wir uns auch noch. Guck mal, wie der aussieht. Der ist voll schön. Diesen Übelstack, der hat wirklich aus. Ja, ja, der rennt mir auch die ganze Zeit entgegen. Jawohl. Mein Gelder. Alter, was ist das denn? Nein, nein. Sieht aus wie Sandy von Spongebob. Genau, ich wollte auch gerade sagen. Aber die ziehen übelst Damage. Die ziehen mir 37 ab. Sie sind irgendwie... Steht doch noch mit dem Patch. Alter. Wie schreit denn der bitte rum die ganze Zeit? Bist du tot? Nee. Ja, tot, nee. Okay. Okay, gut. Weiter, weiter, weiter. Ich hoffe, die Vögel warten nicht auf uns. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Okay, wir sollten uns vielleicht erst mal heilen. Ähm, ich hab noch nicht mal Bandagen. Ich mach mal grad Bandagen. Mhm. Bandagen, zack. Jetzt fühl dich doch nicht hin. Nein, Vogel, 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 Vogel. Ich bin grad Bandage am Marsch. Ah, Marsch, Marsch. Am, nein, am Marsch. Am, nein, am Marsch. Am, nein, am Marsch. Bam. Schießt der mit Popeln? Oder was ist das? Ach, das ist schon wieder so einer. Ich bin gleich tot. Boah, das Ding da hinten, das ist so übel. Ja, ich mach mir mal ein paar Bandagen. Na, komm her. Wie kann ich die essen? Ähm, einfach mampfen. Also ich würde die oben in der Neventare tun und dann... Ah, okay, so geht das also. Ich hab ein Problem. Ja, ich kann die grad nicht... In Form von zwei. Ich komme, ich komme, ich komme. Die Schlacht geht los. Ähm, die Schlacht geht los. Oh, weiter. Oh, okay, okay, alles gut, alles gut. Wir sind die Helden. Schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Hui. Sprung. Oh, da war eine Höhle übrigens. Oh, da ist ganz viel Kohle, da ist ganz viel Kohle gewesen. Jawohl. Okay, okay, okay. Ah, mir ist kalt. Ah. Das tut gut. So. Also das ist noch nicht reif. Gut, ja. Wie sieht man denn, ob das reif ist oder nicht? Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich hab grad abgebaut, da hab ich dann nur den Samen wieder bekommen. Okay. Boah, wir brauchen unbedingt wieder Holz. Also so normales Holz. Der hat noch Holz. Boah. Ist natürlich klug, dass du da runterspringst. Ähm. Nein. Nein. Was denn? Nein. Nein. Oh, nee, schon wieder so ein trogeles Vogel. Wo ist der Hölle ist das? Dann trifft man den eigentlich ganz gut. Jawohl. Was hat der denn da fallen lassen? Holiday Spirit? Was? Hab ich auch gefolgt. Kann man das benutzen? Jetzt mal. Ach ja, das wird hell. Schön. Pflanzen kann. Das wäre nämlich ganz von Vorteil, wenn wir hier Bäume hätten. Hast du Baumsamen oder was? Ähm, scheinbar ja. Guck mal eben. Hä? Was ist das denn? Ach nee, das sind diese Früchte, die die Teile abgeworfen haben. Ich glaube, das sind Nüsse oder so. Hä? Was sind das denn für Dinger? Was ist das denn hier? Das sieht irgendwie aus wie Samen in so einem Blumentopf oder so. Da steht auch Strange Seed. Wie kann man das denn nachgucken, was das ist? Also ein sonderbarer Samen. Kann man da draufklicken irgendwie und gucken, sagt er dann ein, was es ist? Nee. Okay. Also warte, guck mal eben. To do. Ich lasse einfach mal stehen. Der Mais ist übrigens doch fertig. Du kannst gucken, ob der fertig ist, einfach mit E drauf. Oh, Sascha, wie blöd bist du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Ja, frage ich mich auch manchmal. Ja, dann sähe mal direkt neu Samen. Ja, mach ich, mach ich. Was ist denn? Ja, mach das auch, bitte. Mach ich doch auch. Ja, mach ich doch. Ja, mach ich doch. Warte, ich muss erst auswählen. Okay, bitte. Ey. Äh, was hab ich? Äh, okay. Okay. Ob ich schon einen Ofen bauen kann. Ja, ich baue einen Ofen hin. Ich glaube, wir sollten mal langsam dafür sorgen, dass wir eine Operandung für uns nach Hause haben. Ach, meinst du wegen diesen Vögeln? Ja, das wäre super. Und Bettchen, das wäre doch ganz nett vielleicht. So, ähm, die Samen einmal anpflanzen. Zack. Ich will gar nicht fragen, warum du unbedingt ein Bettchen brauchst. Ähm, weil ich es brauche. Oh, außerdem ist ein Bettchen dafür da, um zu schlafen. Genau wie ein Loch dafür da ist, um zu stopfen. Okay, zu viele Informationen. Ah, was gibt es denn noch alles hier? Ah, Bandage kann ich noch machen. Was haben wir denn hier? Red Petal, was ist das denn? Into Die. Could be turned into Die. Aha. Genau, das, äh, sieht so wie eine Feder aus, ne? Ja, ja. Ich mach mal so einen Toymaker. Ah, da steht irgendwie, äh, For All Your Holiday Crafting Needs. Hatten wir auch gerade was bekommen. Ja, Holiday Dingens haben wir gekannt. Ja. Wo kann ich das reinmachen? Ah, irgendwas Weihnachtliches. Ach, guck mal, das haben die reingepatcht. Wie geil. Socken. Ey, wie geil ist das denn? Man kann sich, man kann sich einen Weihnachtsbaum machen. Hallo? Man kann einen Bogen machen. Alter, man kann sich eine, ich, ich will eine Weihnachtsmütze. Ich brauch noch einmal Holiday Spirit, dann kann ich eine Weihnachtsmütze haben. Wie geil ist das denn? Ey, das haben die aber neu, das haben die jetzt für Weihnachtsmütze. Ich glaube, eine Weihnachtsmütze, klar. Da brauchen wir, wir brauchen mehr Vögel. Was kann man denn noch hier machen? Wo ist denn die, wo ist denn die Mütze? Da. Da unten. Oh, verdammt. Zwei Stück. Also eine, ich will die Weihnachtsmann aussehen. Warte, ich geb dir mal ein. Okay, ist das schon irgendwie aus wie so ein Weihnachtself? Ich geb dir mal ein Holiday Spirit, dann kannst du dir eine Weihnachtsmütze machen. Das ist aber sowas von nett von dir. Zack. Oh, mein Gott. Achtung. Ja, ja. Jetzt können wir es. Mit Bart. Alter. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Alter, wie geil ist das denn? So behindert aus. Oh, nee. Ah, ich hab ja noch Samen. Huiuiui, schön. Auf jeden Fall schön. Man kann sich so ein Lollipop machen. Oh, ich will auf jeden Fall... Boah, ich will meinen Holiday Spirit da brauchen. Willst du mein Glücksbär hier sein? Ich will ein Glücksbär hier sein. Das Ding hier geht irgendwie kaputt, kann das sein? Hast du das gemacht? Das war dieser Strange Seat. Guck mal, das wächst. Das Ding wächst, siehst du das? Das wird größer da drin. Okay, ich stell mal noch eins hier hin. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich stell mal ganz viele hier hin. Wie so ein Überraschungsei. Okay. Ja, nur komischer. Ah, nee. Macht Spaß. Ich untersuche den Ofen. Oh, ja. Oh, Welt. Oh, Weihnachten. Oh, ich glaub, wir sollten... Wir haben keinen Hunger, ne? Ich hab keinen Hunger, nee. Beim Hunger haben, gehen wir einfach hoch. Wir gehen nochmal runter. Sollen wir wieder runter? Alles klar, machen wir. Oh, Weizen. Ist das fertig? Okay. Hast du noch ein paar Seats, die du anflaschen kannst? Mh, einen hab ich grad bekommen. Moment. Okay, ich geh schon mal vor. Leg ich direkt mal wieder an. Ähm, achso, okay. Ui. Oh, oh. Was ist denn hier? Wir treffen uns der Wiesen. Bitte was? Eine Fledermaus. Alter, guck mal, was die macht. Was ist da runtergekommen? Spill. Oh, das ist spillt. Ich schnapp's dir. Ich glaub, das kriegen wir von, äh, von diversen Monstern hier. Kann das sein? Boah, das müssen wir auf jeden Fall einsammeln, alles. Das ist sehr geil. Boah, dann können wir uns so richtig geile Ausrüstungen machen. Oh, Gott. Okay. Gehen wir weiter runter. Äh, ich lauf dir einfach mal nach. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Okay, können wir uns noch die Teile abholen hier? Stimmt, jetzt haben wir vergessen und uns, äh, fackern sie mal. Oh, oh, hab ich ihnen gleich Besuch? Ja. Oh, ich hol schon mal ein Schwert raus. Okay, die machen eigentlich nichts, aber wir brauchen ein Spirit. Oh, wie die piepen. Oh, die Arme. Hast du schon zwei Spirit? Ich hab vier. Was? Vier? Warte, ich geh den anderen nochmal holen. Ah, nee, hier geben wir Leiche nicht. Boah, ich geh mir jetzt auch so eine Weihnachtsmütze machen. Mach das. Beeil dich. Jawohl. Ich warte hier auf dich, ja. See you later, Alligator. Oh Mann, ich bin ganz spannend, wie das bei mir aussieht. Bestimmt vollkommen anders. Ja, aber total. Bestimmt Thomas anders. Was? Boah, hier sind noch mehr Tiere. Hallo. Ey, der Ra... Was? Ich bin tot. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Der hat mich komisch angeraschelt und dann bin ich gestorben. Mann, was? Jetzt mal singen müssen, ey. Wie so eine Klapperschlange, nur als Raschel. Also... Du hast bestimmt so viel Angst gehabt, ne? Nee, der hat mich angegriffen. Ach so. Das macht man aber nicht. Oh, hier sind wieder so Vögel. Ich hol mir jetzt einfach Spirit von euch. Boah, der schießt mit so einem Blubberblasen. Ist das einfach Sarazas oder was? Zack. Ich will Spirit. Gib mir Spirit. Alter, ich bin eigentlich schon wieder tot. Ich bin tot. Ey. Alter. Was sind das für Todesvögel? Okay, ich bin froh, wenn wir ein anderes Schwert haben. Oder vielleicht lassen wir uns irgendwann mal unseren Bogen holen. Ach stimmt, einen Bogen haben wir doch auch, oder? Aber der bringt jetzt noch nicht so viel. Nee. Also ich hab keinen. Wir müssen aber hoch. Keinen Bogen mehr. Wir müssen hoch, wieso? Wir brauchen Holz. Ach, du musst hoch, ja, ich nicht. Äh, Warp to Planet. Zack. Ich komme. Weil, kein Holz, keine Fackeln. Ja, und auf jeden Fall kein Haus, ne? Ich denke mal, das ist erstmal oberste Priorität. Wie lange geht die Folge eigentlich schon wieder? Die geht 17 Minuten. Also die Zeit vergeht sowas von schnell. Ja, man muss auf jeden Fall aufpassen hier. Gebt mir Spirit. Spirit? Jawoll, Spirit. Fünf Stück schon. Alter. Geil, ne? Alter, komm mal zurück. Was ist denn los? Alter. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Alter. Meinst du jetzt da unten, wo Kies ist und so? Nein. Oben, bei uns. Okay, warte, ich komme. Ich bin auf dem Weg. Diese strangen Samen sind gewachsen. Bei mir, bei mir, äh, holt das gerade ein bisschen lang. Oh Gott, Vogel. Kommt. Oh nein, die Fögel greift nämlich an. Nein, nein. Geht weg. Was soll denn machen die denn? Bist du tot? Nein, die machen so komische Stromstöße. Ich komme, ich komme. Ach, das sind die Dinger auch von gerade aus der Höhle. Ja, Schock. So, diese Federmaus nicht meintest. Spirit. Hast du wieder Spirit bekommen? Ja, der gibt auch wieder Spirit. Zack, ich habe sechs Spirit jetzt. Du müsst es auch eng gekriegt haben. Dum 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 dum. Alter. Wie geil ist das denn bitte? Kriegt man davon mehr? Ey, was ist das denn bitte für ein geiler Planet? Guck mal, dass wir da drin direkt aufpacken. Dann kann das echt gut. Ja. Können wir uns immer direkt dann Bäume äh, machen. Ich glaub wir sollten mal eben ähm... Grab mir das. Ich glaub wir sollten mal eben hier ne Umrandung hier machen, dass wir auf jeden Fall erstmal sicher sind. Ja. Dazu brauchen wir Holz, das wir grade bekommen haben. Okay Moment. Ich mach auch ein bisschen. Wood Planks. Dann bauen wir das Haus eben kurz, die Grundrisse und dann machen wir mal Folgenpause. Ja. Zack. Du kannst übrigens einmal, du hast ja unten diese Pfeile ne, wenn du craftest, diese Pfeile, dann kannst du ja mal eins mal zwei drücken. Du kannst auch einfach so ne Zahl eingeben. Ja. Ne drück mal einmal nach links, da wird dir direkt die maximale Anzahl eingezeigt. Wie viel du kannst. Ähm, Inventar, Inventar, Inventar. Wie viele Holz hab ich jetzt? Alter, 370. 370. Nehmen wir dann raus. Das fällt nochmal jetzt. Wollen wir das vielleicht hier nochmal weg machen, das fällt, dass wir dann woanders hinfetzen? Ja. Das brauchen wir auch, glaub ich, gar nicht um die Bäume zu machen. Dann mach ich auf jeden Fall erstmal hier so ein Ding hin, weißt du? Damit wir nicht die ganze Zeit hier runterfallen. Ja, das Haus fang ich mal so. Moment. Ich baue mal hier an. Setz am besten nur diese dünnen Blöcke, dann haben wir mehr Holz. Achso. Ja, klar. Warte, ich helfe dir mal kurz. Ich find das so komisch, dass das nicht mit der Axt schneller geht, ne? Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich zieh das mal bis hier hin. Ja, das ist ja erstmal nur jetzt, äh, um über die Runden zu kommen. Ja. Das ist doch ne Tür. Ich mach mal ne Tür. Ein Türchen, am besten zwei. Und, oh. Putz, putz. So. Zack. Ach, nicht mit der Axt. Wunderschön. Ey. Ey. Wie er mir entgegenkommt mit seinem Bart. Äh, du kannst ja auch nen Bart machen. Ja, warte, warte, mach ich gleich. Ich wollte nur eben kurz das Haus hier fertig machen. Warte, 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 warte. Hier ist noch... Ah ne, das können wir noch. Das können wir lassen. Äh... Tür. Nein. Eins zu weit. Ist das eins zu weit? Ja. Eins zu weit runter. Okay, dann... Machen wir das wieder weg. Na komm. Super. Perfekt. Perfekt. So, den Hintergrund machen wir trotzdem mal so. Es soll noch ein bisschen... Na, was aussehen. Ein bisschen. Natürlich, also der Hintergrund muss schon sein, finde ich. Ja. Dann sieht das so halbherzig aus. Ja. Aber wir sind ja gutherzig. Ja, ja, du hast ne Weihnachtsmütze auf. Sowieso. Oh, jetzt hab ich kein Holz mehr. Aber das macht nix, weil... So, das reicht ja erstmal. Wir haben die geilsten Samen, also... Ich mein jetzt so den... Den Baumskam. Ja, mhm, mhm. Den wir überhaupt haben können. So, ich stell die mal überall hier in der Welt verteilt hin. Okay, du kannst die einfach so hinstellen. Geil. Hm? Warte, wie viel hast du denn davon? Kriegst du vor allem jeden Baum nen neuen? Ja. Boah, wie krass. Dann können wir uns ja hier nen eigenen Wald anpflanzen irgendwie. Das ist übelst krass. Muss man echt sagen. Also, das kam glaube ich auch erst mit dem neuen Update, oder? Ich glaub, das liegt an den Bäumen einfach. Oder so. Oh, ich mach uns nen Weihnachtsbaum. Oh, ich mach uns nen Weihnachtsbaum. Oh, ich mach uns nen Weihnachtsbaum. Mach dir erstmal nen Bad. Oh, ich hab uns einen Weihnachtsbaum gemacht. Dann siehst du so männlich aus wie ewig. Guck mal. Oh, wie schön. Können wir den kaputt machen? Nein, nicht kaputt machen. Das ist Wahnsinn. Ja. Geh, mach mal ein Bad. Wir können sogar... Wir können sogar... Ja, ich mach mir so ne Mütze. Wir können sogar Geschenke machen. Geil. Hey. Currywurst, Currywurst, Curry in the Wurst. Wo war denn das? Mrs. Claus? Ist das das? Mach jetzt bitte keine Frau. Ja, aber ist das das einzige, was ich an Mütze hier auswählen kann? Wat? Nee. Warte, wenn du runter gehst, hast du irgendwann äh... Mr. Claus hat. Äh... 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 Ja, bestimmt irgendwann, so... Ach da! Okay, ich war nur schon zu weit unten. Stimmt. Zack. Ohohoho. Herzt Willkommen in unserer Weihnachts-WG. Oh, sieht das will nicht aus. Okay, ich würde sagen, machen wir hier die Folgenpause. Ja! Und stürzen uns in der neuen Folge direkt wieder in den Untergrund, oder? Nein, in der nächsten Folge schmücken wir den Weihnachtsbaum. Alles klar. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! So, Freunde, das war's wieder für diese Folge mit Starbound. Ja, wie gesagt, denkt dran, äh, alle zwei Tage erstmal, weil der Herr Tarros ist ja noch, äh, nicht, äh, da. Und, äh, somit können wir erst wieder im neuen, im neuen Jahr aufnehmen. Und dann werden wir das auch so machen, dass halt, äh, jeden Tag eine Folge kommt. Aber ich fand, ich fand, ich find das einfach so krass mit diesen Bäumen, ne, mit diesen komischen Blumentöpfen. Und jetzt auch noch diese Weihnachts-, äh, äh, Dekoration, sag ich mal. Also da wird in den einigen, äh, in den nächsten Folgen noch einiges auf uns zukommen, denk ich mal. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Schönen Tag noch, ciao! Musik 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 Musik